Sie sind hier, 15. Januar 2019, 14.22 Uhr, von Sport1 Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, MB Varna Sammata spielt bei KRC Genkurheberrecht Getty Images der FC Schalke 04 soll am belgischen Stürmer MB Varna Sammata interessiert gewesen sein. Doch ein Klub aus England sticht die Königsblauen offenbar aus. Der FC Schalke 04 sucht aktuell nach einem Stürmer und hat dabei offenbar den kürzeren gezogen. Wie die englische Daily Mail berichtet, soll MB Varna Sammata von KRC Genk bereits kurz vor einem Wechsel nach Gelsenkirchen gestanden haben. Allerdings habe sich nun mit Cardiff City ein weiterer Klub in den Poker eingeschaltet. Der Premier League-Klub soll rund 14,6 Millionen Euro für Sammata geboten haben. Eine Summe, bei der Schalke wohl passen müsste. Sammata hat in der belgischen Jupiler League 15 Tore in 20 Spielen erzielt und kommt wettbewerbsübergreifend auf 24 Tore in 31 Partien. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Das war die